So hallo, wir sind immer noch auf dem Goldboden-Volksfest in Straubing 2022 und da jetzt so lange Corona war, haben sich so viele tolle Singles bei mir aufgestaut, die müssen jetzt alle weg, vor allem der Walter. Der Walter, der muss jetzt ganz dringend verkuppelt werden und Walter, erzähl mal, wie alt bist du, wo wohnst du und was machst du so? Also ich bin 57, gelogen immer 48, nur einmal zur Info, ich wohne in Weimichel, habe da früher seine kleine Landwirtschaft gehabt und bin jetzt bei Richter am Frenzel schon seit 42 Jahren und bin da in einer höheren Position. Und, ja, und, mag gern, braucht ihr Hobbys auch schon. Nee, jetzt will ich erst mal wissen, wie dein Traummann ausschauen soll, weil wir suchen hier einen geilen Traummann. Groß, klein, wild. Ist egal, ob der groß oder klein ist, er soll ein bisschen eine Wampe haben, haarig sein und nett sein und, ja, einfach lustig, nett, nichts Zwingendes, aber kein so Türling. Alles klar. Und was hast du noch so für Hobbys, die er dann mit dir machen kann? Du, ich mag ganz gern, also ich mach so ein bisschen Sport zu Hause, ich mach so Work-up-Trainings oder ich geh ganz gern in die Berge wandern. Ich war auch jetzt wandern, ich bin heute erstreiben gekommen vom Wandern, mag Skifahren, genau. Und auch so, ja, Work-ups mit so Body-Art, also Dehnen, Stretchen für unser Alter halt. Und ich will auch keinen zu Jungen. Nein, nein. Also wir wollen ja, welches Alter ungefähr? Ab 40. Ab 40. Also alle Männer ab 40, die so Stretch und Work-out und Aerobic-mäßig unterwegs sind. Und vielleicht auch ein bisschen Feinschmecker, oder? Ein bisschen lecker essen und so. Ja? Oh ja. So siehst du aus. Ich würde mit dir lecker essen gehen. Oh ja, ich mag gerne gut essen. Ich koche auch selber gerne. Super. Oder ich koche zu zweit noch viel lieber. Ja? Und, ja, genau. Also Männer, schreiben, 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 der Herr ist einfach super nett. Und nochmal schön lächeln über die Kamera. Schreibt um euer Leben, ihr Männer.